Marianne Holt. Wenn sie erschien, dann gab es Wetterleuchten, Pulverschnee und die alten Rosenblüten. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Zum 85. Geburtstag von Marianne Holt erinnert Heimatkanal an den großen Heimatfilmstar mit 10 ihrer berühmtesten Rollen. Ich danke Ihnen. Na ja, dann wäre ja alles perfekt. Unser Filmstar des Monats, Marianne Holt. Das würdet ihr so fassen. Unsere Abmachungen sind rein platonischer Natur. Verstehst du? Jeden Mittwoch im Mai um 20.15 Uhr. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Nur auf Heimatkanal.